Der Tannenbaum von Hans Christian Andersson Draußen im Walde stand ein niedlicher, kleiner Tannenbaum. Er hatte einen guten Platz. Sonne konnte er bekommen, Luft war genug da, und ringsumher wuchsen viele größere Kameraden, sowohl Tannen als Fichten. Der kleine Tannenbaum aber wünschte sich so sehnlich größer zu werden. Er achtete nicht der warmen Sonne und frischen Luft. Er kümmerte sich nicht um die Bauernkinder, die da umhergingen und plauderten, wenn sie herausgekommen waren, um Erdbeeren und Himbeeren zu sammeln. Oft kamen sie mit einem ganzen Topf voll oder hatten Erdbeeren auf einen Strohhalm gereiht. Dann setzten sie sich neben den kleinen Tannenbaum und sagten, »Nein, wie niedlich, klein der doch ist!« Das mochte der Baum gar nicht hören. Im folgenden Jahre war er um ein langes Glied größer, und das Jahr darauf war er um noch eines länger. Denn an den Tannenbäumen kann man immer an vielen Gliedern, die sie haben, sehen, wie viele Jahre sie gewachsen sind. »Oh, wäre ich doch so ein großer Baum wie die anderen!«, seufzte das kleine Bäumchen. »Dann könnte ich meine Zweige so weit umher ausbreiten und mit der Krone in die weite Welt hinaus blicken. Die Vögel würden dann Nester in meinen Zweigen bauen, und wenn der Wind wehte, könnte ich so vornehm nicken, gerade wie die anderen dort.« Er hatte gar keine Freude am Sonnenschein, an den Vögeln und an den roten Wolken, die morgens und abends über ihn hinwegsegelten. War es dann Winter und der Schnee lag funkelnd weiß ringsumher, so kam häufig ein Hase angesprungen und setzte gerade über den kleinen Baum weg. »Oh, war das ihm so ärgerlich!« Aber zwei Winter vergingen, und im dritten war das Bäumchen so groß, dass der Hase um dasselbe herumlaufen musste. »Oh, wachsen! Wachsen und große und alt werden! Das ist doch das einzig Schöne in dieser Welt!«, dachte der Baum. Im Herbst kamen immer Holzhauer und fällten einige der größeren Bäume. Das geschah jedes Jahr, und der junge Tannenbaum, der nun ganz gut gewachsen war, schauderte dabei. Denn die großen, prächtigen Bäume fielen mit Knacken und Krachen zur Erde. Die Zweige wurden ihnen abgehauen. Die Bäume sahen ganz nackt, lang und schmal aus. Sie waren fast nicht mehr zu erkennen. Aber dann wurden sie auf Wagen gelegt, und Pferde zogen sie davon aus dem Walde hinaus. Wo sollten sie hin? Was stand ihnen bevor? Im Frühjahr, als die Schwalben und Störche kamen, fragte der Baum sie. »Wisst ihr nicht, wohin sie geführt wurden? Seid ihr denen ihnen nicht begegnet?« Die Schwalben wussten nichts. Aber der Storch sah nachdenklich aus, nickte mit dem Kopf und sagte, »Ja, ich glaube wohl, mir begegneten viele neue Schiffe, als ich aus Ägypten flog. Auf den Schiffen waren prächtige Mastbäume. Ich darf annehmen, dass sie es waren. Sie hatten Tannengeruch. Ich kann vielmals grüßen, die prangen, die prangen.« »Wo wäre ich doch auch groß genug, um über das Meer hinfahren zu können? Wie ist das eigentlich, dieses Meer? Und wie sieht es aus?« »Ja, das zu erklären, ist zu weitläufig,« sagte der Storch. Und damit ging er fort. »Freue dich deiner Jugend,« sagten die Sonnenstrahlen, »freue dich deines frischen Wachstums, des jungen Lebens, das in dir ist.« Und der Wind küsste den Baum, und der Tau weinte Tränen über ihn. Aber das verstand der Tannenbaum nicht. Wenn es gegen die Weihnachtszeit ging, wurden ganz junge Bäume gefällt. Bäume, die oft nicht einmal so groß oder gleichen Alters mit diesem Tannenbaum waren, der weder Ruhe noch Rast hatte, sondern immer davon wollte. Diese jungen Bäume, und es waren gerade die allerschönsten, behielten immer alle ihre Zweige. Sie wurden auf Wagen gelegt, und Pferde zogen sie da vorne aus dem Walde hinaus. »Wohin sollen die?« fragte der Tannenbaum. »Sie sind nicht größer als ich. Vielmehr war einer da. Der war viel kleiner. Weshalb behalten sie alle ihre Zweige? Wo fahren sie hin?« »Das wissen wir nicht.« »Das wissen wir nicht,« zwitscherten die Sperlinge. »Unten in der Stadt haben wir ihnen die Fenster gesehen. Wir wissen, wohin sie fahren. Oh, sie gelangen zur größten Pracht und Herrlichkeit, die man nur denken kann. Wir haben ihnen die Fenster gesehen und haben wahrgenommen, dass sie mitten in der warmen Stube aufgepflanzt und mit den schönsten vergoldeten Äpfeln, Honigkuchen, Spielzeugen und vielen hundert Lichtern geschmückt werden. Und dann?« fragte der Tannenbaum und bebte in allen Zweigen. »Und dann?« »Was geschieht dann?« »Ja, mehr haben wir nicht gesehen.« »Das war unvergleichlich.« »Ob ich wohl auch bestimmt bin, diesen strahlenden Weg zu gehen?« jubelte der Tannenbaum. »Das ist noch besser, als über das Meer zu ziehen.« »Wie leide ich an Sehnsucht! Wäre es doch nur Weihnachten!« »Nun bin ich groß und ausgewachsen, wie die anderen, die im vorigen Jahr weggeführt wurden.« »Wo wäre ich erst auf dem Wagen?« »Wäre ich doch in der warmen Stube mit aller Pracht und Herrlichkeit.« »Und dann?« »Ja, dann kommt noch etwas Besseres, noch weit Schöneres. Weshalb würden sie mich sonst so schmücken?« »Es muss noch etwas Größeres, noch etwas Herrlicheres kommen.« »Aber was?« »Oh, ich leide, ich sehne mich, ich weiß selbst nicht, wie mir ist.« »Freue dich, unser«, sagte die Luft unter Sonnenlicht, »freue dich deiner frischen Jugend im Freien.« Aber er freute sich durchaus nicht und wuchs und wuchs. Winter und Sommer stand er grün, dunkelgrün stand er da. Die Leute, die ihn sagten, »das ist ein schöner Baum.« Und zwar zur Weihnachtszeit wurde von allen zuerst gefällt. Die Axt hieb tief durch das Mark. Der Baum fiel mit einem Seufzer zu Boden. Er fühlte den Schmerz einer Ohnmacht. Er konnte gar nicht irgendein Glück denken. Er war betrübt, von der Heimat scheiden zu müssen, von dem Fleck, auf dem er emporgeschossen war. Er wusste ja, dass er die lieben alten Kameraden, die kleinen Büsche und Blumen ringsumher nie mehr sehen würde. Ja, vielleicht nicht einmal die Vögel. Die Abreise war durchaus nicht angenehm. Der Baum kam erst wieder zu sich, als er im Hofe mit anderen Bäumen abgepackt einen Mann sagen hörte, »Dieser hier ist prächtig. Wir brauchen nur diesen.« Nun kamen zwei Diener in vollem Putz und trugen den Tannenbaum in einen großen, schönen Saal. Ringsherum an den Wänden hingen Bilder und neben dem großen Kachelofen standen große chinesische Vasen mit Löwen auf den Deckeln. Da gab es Schaukelstühle, seidene Sofas, große Tische voller Bilderbücher und Spielzeug für hundertmal hundert Taler. Wenigstens sagten die Kinder, und der Tannenbaum wurde in ein großes, mit Sand gefülltes Fass gestellt. Aber niemand konnte sehen, dass es ein Fass war, denn es wurde rundherum mit grünen Zweigen behängt und stand auf einem großen, bunten Teppich. Oh, wie der Baum bebte! Was wird nun wohl vorgehen? Sowohl die Diener als auch die Fräulein schmückten ihn. An einigen Zweigen hängten sie kleine Netze, ausgeschnitten aus farbigem Papier. Jedes Netz war mit Zuckerwerk gefüllt. Vergoldete Äpfel und Walnüsse hingen herab, als wären sie festgewachsen, und über hundert rote, blaue, weiße Lichterchen wurden in den Zweigen gesteckt. Puppen, die leibhaftig wie Menschen aussahen, der Baum hatte früher nie solche gesehen, schwebten im Grünen, und hoch oben auf der Spitze wurde ein Stern von Flittergölb befestigt. Das war prächtig, ganz ordentlich prächtig. Heute Abend, sagten alle, heute Abend wird er strahlen, Oh, dachte der Baum, wäre es doch Abend, würden nur die Lichter bald angezündet, und was dann wohl geschieht? Ob da wohl Bäume aus dem Wald kommen, um mich zu sehen? Ob die Sperlinge gegen die Fensterscheiben fliegen? Ob ich hier festwachse und Winter und Sommer geschmückt stehen werde? Ja, er riet nicht übel, aber er hatte ordentlich Borgenschmerzen vor lauter Sehnsucht, und Borgenschmerzen sind für Bäume ebenso schlimm wie Kopfschmerzen für uns andere. Nun wurden die Lichter angezündet. Welcher Glanz, welche Pracht! Der Baum bebte dabei in allen Zweigen, sodass eins der Lichter das Grüne anbrannte. Es senkte ordentlich. Gott bewahre uns, schrien die Fräulein, löschten es hastig aus. Nun durfte der Baum nicht einmal mehr beben. Oh, das war ein Grauen. Ihm war so bange, etwas von seinem Schmuck zu verlieren. Er war ganz betäubt von all dem Glanze, und nun gingen beide Flügeltüren auf. Und eine Menge Kinder stürzten herein, als wollten sie den ganzen Baum umwerfen. Die älteren Leute kamen bedächtig nach. Die Kleinen standen ganz stumm, aber nur einen Augenblick. Dann jubelten sie alle wieder, dass es nur so schallte. Sie tanzten um den Baum herum, und ein Geschenk nach dem anderen wurde abgepflückt. Was machen sie, dachte der Baum. Was soll nur geschehen? Und die Lichter brannten bis dicht an die Zweige herunter. Und jemandem, sie niederbrannte, wurden sie dann ausgelöscht. Und erhielten die Kinder die Erlaubnis, den Baum zu plündern. Oh, sie stürzten sich auf ihn, dass es in allen Zweigen knackte. Wäre es mit der Spitze, mit der Goldstern nicht an der Decke befestigt gewesen, so wäre er bestimmt umgestürzt. Die Kindster tanzten mit prächtigem Spielzeug herum. Niemand sah nach dem Baume, ausgenommen das alte Kindermädchen, welches kam, zwischen die Zweige blickte, aber nur, um zu sehen, ob nicht noch eine Feige oder ein Apfel vergessen worden wäre. Eine Geschichte, eine Geschichte, riefen die Kinder und zogen einen kleinen, dicken Mann zu dem Baume hin und er setzte sich gerade unter denselben. Denn da sind wir im Grünen, sagte er, und der Baum kann besonders Nutzen davon haben, zuzuhören. Aber ich erzähle nur eine Geschichte. Wollt ihr die von Iwe Awe oder die von Klumpe Dumpe hören, der die Treppen herunterfiel und doch zu Ehren kam und ihn Prinzessin erhielt? Iwe Awe, schrien einige, Klumpe Dumpe, schrien andere. Das war ein Rufen und Schreien. Nur der Tannenbaum schwieg ganz stille und dachte, komme ich gar nicht mit? Werde ich nichts dabei zu tun haben? Er war ja mit gewesen, hatte er geleistet, was er sollte. Und der Mann erzählte von Klumpe Dumpe, welcher die Treppe hinunterfiel und doch zu Ehren kam und die Prinzessin erhielt. Und die Kinder klatschten und riefen, erzähle, erzähle. Sie wollten auch die Geschichte von Iwe Awe hören, aber sie bekamen nur die von Klumpe Dumpe. Der Tannenbaum stand ganz stumm und gedankenvoll. Nie hatten die Vögel im Walde dergleichen erzählt. Klumpe Dumpe fiel die Treppe herunter, aber kam doch die Prinzessin. Ja, ja, so geht es eben in der Welt zu, dachte der Tannenbaum und glaubte, dass es wahr sei, weil es so ein netter Mann war, der es erzählte. Ja, ja, wer kann es wissen, vielleicht falle ich auch die Treppe herunter und bekomme eine Prinzessin. Und er freute sich darauf, den nächsten Tag wieder mit Lichtern, Bildzeug, Gold und Früchten ausgeputzt zu werden. Morgen werde ich nicht zittern, dachte er. Ich will mich recht aller meiner Herrlichkeit freuen. Morgen werde ich wieder die Geschichte von Klumpe Dumpe und vielleicht auch die von Iwe Awe hören. Aber der Baum stand die ganze Nacht still und gedankenvoll. Am Morgen kamen Gina und das Mädchen herein. Nun beginnt der Schmuck aufs Neue, dachte der Baum. Aber sie schleppten ihn zum Zimmer hinaus, die Treppe hinan, auf den Boden und hier in einen dunklen Winkel, wo kein Tageslicht hinschien, stellten sie ihn hin. Was soll das bedeuten, dachte der Baum? Was soll ich hier wohl machen? Was mag ich hier wohl hören sollen? Und er lehnte sich an die Mauer und dachte und dachte. Er hatte Zeit genug, denn es vergingen Tage und Nächte. Niemand kam herauf. Und als endlich jemand kam, so geschah es, um einige große Kasten in den Winkel zu stellen. Nun stand der Baum ganz versteckt. Dann musste glauben, dass er völlig vergessen war. Jetzt ist es Winter draußen, dachte der Baum. Die Erde ist hart und mit Schnee bedeckt. Die Menschen können mich nicht einpflanzen. Deshalb soll ich wohl bis zum Frühjahr hier in Schutz stehen. Wie wohl bedacht das ist, wie die Menschen doch so gut sind, wäre es hier nur nicht so dunkel und so schrecklich einsam. Nicht einmal ein kleiner Hase. Das war doch so niedlich da draußen im Walde, wenn der Schnee lag und der Hase sprang vorbei. Ja, selbst, als er über mich hinweg sprang. Aber damals konnte ich es nicht leiden. Hier oben ist es doch schrecklich einsam. Piep, piep, sagte da eine kleine Maus und huschte hervor. Und dann kam noch eine kleine und noch eine kleine. Sie beschnüffelte den Tannenbaum und dann schlüpften sie zwischen die Zweige. Es ist eine gräuliche Kälte, sagte die kleine Maus. Sonst ist es hier gut zu sein, nicht wahr, du alter Tannenbaum? Ich bin gar nicht alt, sagte der Tannenbaum. Es gibt viele, die weit älter sind als ich. Wo kommst du her? fragten die Mäuse. Und was weißt du? Sie waren so gewaltig neugierig. Erzähl uns doch von dem schönen Ort auf Erden. Bist du dort gewesen? Bist du in der Speisekammer gewesen, wo Käse auf den Brettern liegen und Schinken unter der Decke hängen, wo man auf Talglicht tanzt, mager hineingeht und fett wieder herauskommt? Das kenne ich nicht, sagte der Baum. Aber den Wald kenne ich, wo die Sonne scheint und wo die Vögel singen. Und dann erzählte er alles aus seiner Jugend. Und die kleinen Mäuse hatten früher dergleichen nie gehört. Und sie horchten auf und sagten, nein, wie viel du doch gesehen hast und wie glücklich du gewesen sein bist. Ich, sagte der Tannenbaum, dachte über das, was er erzählt hatte, nach. Ja, es waren im Grunde ganz fröhliche Zeiten. Aber dann erzählte er von dem Weihnachtsabend, wo er mit Kuchen und Lichtern geschmückt war. Oh, sagten die kleinen Mäuse, wie glücklich du gewesen bist, du alter Tannenbaum. Ich bin gar nicht alt, sagte der Baum. Erst diesen Winter bin ich vom Wald gekommen. Ich bin nur so im Wachstum zurückgeblieben. Wie schön du erzählst, sagten die kleinen Mäuse. Und in der nächsten Nacht kamen sie mit vier anderen kleinen Mäusen, die den Baum erzählen hören sollten. Und je mehr er erzählte, desto deutlicher erinnerte er sich selbst an alles und dachte, es war doch ganz fröhlich, eine ganz fröhliche Zeit. Aber sie können wiederkommen. Klumpe Dumpe fiel die Treppe herunter und erhielt doch die Prinzessin. Vielleicht kann ich auch eine Prinzessin bekommen. Und dann dachte der Tannenbaum an die kleine, niedliche Birke, die da draußen im Wald wuchs. Das war für den Tannenbaum eine wirklich schöne Prinzessin. Wer ist Klumpe Dumpe? fragten die Mäuse. Und dann erzählte der Tannenbaum das ganze Märchen. Er konnte sich jedes einzelne Wort entsinnen. Und die kleinen Mäuse waren nahe dran, aus reiner Freude bis in die Spitze des Baumes zu springen. In der folgenden Nacht kamen weit mehr Mäuse und am Sonntag sogar zwei Ratten. Aber die meinten, die Geschichte sei nicht hübsch und das betrübte die kleinen Mäuse. Denn nun hielten auch sie weniger davon. Wissen Sie nur die eine Geschichte? fragte die Ratte. Nur die eine, sagte der Baum. Die hörte ich an meinem glücklichsten Abend. Damals dachte ich nicht daran, wie glücklich ich war. Das ist eine höchst jämmerliche Geschichte. Wissen Sie keine von Speck und Talglicht? Keine Speisekammergeschichte? Nein, sagte der Baum. Dann danken wir dafür, erwiderten die Ratten und gingen zu den Irigen zurück. Die kleinen Mäuse blieben zuletzt auch weg. Und da seufzte der Baum. Es war doch ganz hübsch, als sie um mich herum saßen, die beweglichen kleinen Mäuse und zuhörten, wie ich erzählte. Nun ist auch das vorbei. Aber ich werde daran denken und mich zu freuen, wenn ich wieder hervorkommen, vorgenommen werde. Aber wann geschah das? Ja, es war eines Morgens. Da kamen Leute und wirtschafteten auf dem Boden. Die Kasten wurden weggesetzt, der Baum wurde hervorgezogen, sie warfen ihn freilich ziemlich hart gegen den Fußboden. Aber ein Diener schleppte ihn zugleich nach der Treppe hin, wo der Tag leuchtete. Nun beginnt das Leben wieder, dachte der Baum. Er fühlte die frische Luft, die ersten Sonnenstrahlen und... Und war er draußen im Hofe? Alles ging so geschwind. Der Baum vergaß völlig, sich selbst zu betrachten. Da war so vieles ringsum herzusehen. Der Hof stieß an einen Garten und alles blühte darin. Die Rosen hingen so frisch und duftend über das kleine Gitter. Und ein Mann ist gekommen. Aber es war nicht der Tannenbaum, den sie meinten. Nun werde ich leben, jubelte dieser und breitete seine Zweige aus. Aber ach, die waren alle vertrocknet und gelb und er lag da im Winkel zwischen Unkraut und Nesseln. Der Stern von Goldpapier saß noch oben in der Spitze und glänzt in hellem Sonnenschein. Im Hofe selbst spielten ein Paar der munteren Kinder, die zur Weihnachtszeit den Baum umtanzt hatten und so früh über ihn gewesen waren. Einst der Kleinsten lief hin, riss den Goldstern ab. Sieh, was da noch in dem hässlichen alten Tannenbaum sitzt, sagte es und trat auf die Zweige, sodass es unter seinen Stiefeln knackte. Und der Baum sah auf all die Blumenpracht und frische Garten. Er betrachtete sich selbst und wünschte, dass er seinen dunklen Winkel auf dem Boden geblieben wäre. Er gedachte, seiner frischen Jugend im Wald, des lustigen Weihnachtsabends und der kleinen Mäuse, die so munter die Geschichte von Klumpe Dumpe angehört hatten. Vorbei. Vorbei, sagte der alte Baum. Hätte ich mich doch gefreut, als ich es noch konnte. Vorbei. Vorbei. Und der Knecht kam und hieb den Baum in kleine Stücke. Ein ganzes Bündel lag da. Hell flackerte es auf unter dem großen Braukessel. Und er seufzte so tief. Und jeder Seufzer war einem kleinen Schuss gleich. Deshalb liefen die Kinder da und spielten herbei. Setzten sich vor das Feuer, blickten in dasselbe hinein und riefen, Piff! Piff! Aber bei jedem Knalle, der ein tiefer Seufzer war, dachte der Baum an einen Sonnertag im Walde. Oder eine Winternacht da draußen, wenn die Sterne funkelten. Er dachte an den Weihnachtsabend und an Klumpe Dumpe. Das einzige Märchen, welches er je gehört hatte und zu erzählen wusste. Und dann war der Baum verbrannt. Die Knaben spielten im Garten und der Kleinste hatte einen Goldstern auf der Brust, den der Baum an seinem glücklichsten Abend getragen. Nun war der vorbei und mit dem Waumer war alles vorbei und mit der Geschichte auch. Vorbei! Vorbei! Und so geht es mit allen Geschichten.